Die wollen diese 2.250 Euro für den Führerschein-Gutschein haben. Alles andere, der zweitplatzierte oder ein gut zweitplatzierte... Echt jetzt? Was? Was? Ganz schwer. Nein! Good job! Okay, wir haben einen Gewinner, du kannst loslassen. Max, was passiert? Das ist einfach sozial eingestellt, weißt du? Nein, weißt du, weil ich kann auch mit denen den Führerschein machen. Wie du magst. Okay, ruhe dich jetzt mal aus. Wir interviewen jetzt mal Sarah. Sarah, komm her. Ich freue mich auf den Kopf. Komm mal bitte, komm mal, komm mal. So, okay. Liebe Leute, wir haben jetzt also einen Gewinner. Nach genau einem Tag, 2 Stunden und 55 Minuten. Respekt an Sarah. Dankeschön, Sarah, dass du so lange durchgehalten hast. Du kriegst. Du bekommst 2.000 Euro von mir. 250 Euro vom Autohaus Trompeter. 50 Euro Gutschein vom Sonnenstudio in Horstmann. 50 Euro Gutschein vom Perlecom. Und nochmal 200 Euro Bargeld von Autoglas-Expert. Hier, von den Kollegen hier. Gib mir die Hand, aber die Hand, die ich drauf war. Ja, die ist auch ein bisschen top. Sehr, sehr geil. Okay, dann ruhe dich aus. So, Max, darfst du auch bitte einmal zu mir kommen. Komm Bruder, komm. Ehrlich gesagt, war das die... Ach, egal. Also, ich hab keine Ahnung warum, aber bitte erklär mal. Du kommst nur mit diesem Geld da klar, sagst du? Nein, warum? Ganz ehrlich. Wir hätten jetzt hier bis morgen gestanden. Wir hätten auch noch länger gestanden. Und wir hätten beide auch 40, 45 Stunden gestanden. Richtig, das war der Plan! Ja, aber nein. Warum? Warum? Warum soll ich mich mit meinem Arm noch nicht zerstören? Weil wir beide nicht loslassen würden. Wolltest du? Nein, ich mach mal jetzt über den Flur erscheinen. Es ist alles gut. Es ist alles schön. Es ist alles gut. Okay. Es funktioniert schon. Gut, irgendwie. Gut. Dann hab ich eine gute Nachricht für dich. Ich wollte jetzt eigentlich in 5 Minuten noch bekannt geben, dass die Firma Aulich sich gemeldet hat. Okay. Kennst du? In Brambauer. Und zwar Marcel Aulich hat dann gesagt, guck auf, der oder die zweitplatzierte, in dem Fall der, wird dann noch einen 100 Euro Gutschein für den Führerschein bekommen. Also das Ziel ist dann noch mehr. Finde ich super. Danke Firma Aulich. Danke Max, dass du es der kleinen Sarah dann auch gegönnt hast. Und du schaffst das auch damit. Das ist super. Ich freue mich auf jeden Fall. Sehr sozial auf dich. So, liebe Zuschauer. Facebook und Instagram. Somit sind wir jetzt erstmal durch mit der ganzen Geschichte. Wir werden jetzt erstmal hier aufräumen. Werden nochmal unsere Wunden lecken. Und werden das Ganze natürlich nächstes Jahr noch einmal machen. Hoffentlich dann auch wieder mit euch. Dankeschön, dass ihr auch durchgehalten habt, mitgemacht habt und geteilt habt, von so an aktiviert habt. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Ihr könnt jetzt alle euch hinlegen. Wir haben also eine Gewinnerin, die Sarah, die zweieinhalbtausend Euro sozusagen fast mitgenommen hat. Okay? Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.